Forst Dumont war am Samstag in Gera angesagt. Ab 17 Uhr standen die Ersten an, obwohl Janine Jung und ihre Freundin ihre Karten schön hatten. Wollten sie ganz ganz vorne stehen. So jetzt frage ich mal hier nach. Die Ersten, ihr wart schon ewig hier. Wo kommt ihr her? Aus Eibenstock. Also in Puchtland. Erzgebirge. Oh Entschuldigung, Erzgebirge. Um fünf schon hier. Warum so zeitig? Weil es die beste Coverband von Deppeschmod ist. Da muss die hier als Erster stehen. Alles klar. Ich wünsche euch viel Spaß. Dankeschön. Darf ich fragen, wo kommt ihr her? Aus Leipzig. Leipzig? Ja. Extra hierher gekommen heute? Na ja, na klar. Hallöchen, darf ich euch mal fragen, wo kommt ihr denn her? Gera. Ihr seid aus Gera. Und zur Zeit ist ich heute hier. Wollten wir in der ersten Reihe stehen? Nein, in der zweiten. In der zweiten Reihe. Alles klar. Viel Spaß. Danke. Dass dies eine gute Idee war, sollte sich zeigen, was da im Hofwiesenpark abging. Respekt an Tobias und André. Sicher waren die ersten Reihen von Besuchern unserer Stadt in Besitz genommen. Doch die gute Laune sprang sofort auf die Gerschen über. Selten habe ich so eine Stimmung in Gera vor der Kamera gehabt. Und immer wieder gingen die Wellen durch die Massen. Und heute haben mich so eine Stimme verhalten. Und heute haben wir die Aufmerksamkeit gemacht. Und heute haben wir den Atmintonen ges mondt. So can we play? Hands in the motion But let me show you the world you find Monster, Monster Monster, Monster Monster, Monster 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 85 Der Song ist so bedeutend Wie eh und je Auch noch wie viele Jahre später, lass mich kurz nachrechnen 85 38 38 Jahre später Wird doch geil Habt ihr Bock drauf? Vier erst, komm mit! $50 $50 $50 $50 их $47 $5 $48 $50 $50 $5 $50 Sing that a little bit, Gira, come on! Oh, Renvin' on! I Łooge, a Z lot more, You are the johnis. I got the bad roads So hard, an empty space It's all to tell It's all to tell It's all to hell It's all to tell It's all to tell It's all to tell They're dynamic Sparkys, come on Reach on the Touch Bay 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 Das war's für heute. Oh, wunderbar schön. Danke, Gila! Das war die Liebe, Leute. Thomas, mach mit! Oh, wunderbar schön. Danke, Gila! Danke, Gila! Tobi, du bist der Aste. Wie ist es? Wahnsinn, 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 oder? Emotionen pur. Ja. Gila, Gila! Baig, du bist der Aste. Ja. Ja. du bist der Aste. Brinde, du bist der Aste. Die Beste, du bist der Aste. Du bist der Aste. Es ist ein Mann, es ist ein Mann, es ist ein Mann. Es ist ein Mann, es ist ein Mann, es ist ein Mann, es ist ein Mann. Es war super, er hat so gut die Mengen gewässert, es ist toll. Es ist genauso wie Depeche Mode und es ist einfach nur begeisternd. Darf ich mal fragen, wie hat es gefallen? Mega, einfach geil. Und dir? Sehr gut, war richtig geil. Es war supergeil und wenn ich die Augen zugemacht habe, habe ich gedacht, ich habe beim Depeche Mode Konzert echt den ersten Platz gewonnen. Danke, mich schönes Wochenende. Wenn wir euch erstmal ausruhen, vermute ich mal. Wie war's? Sehr schön. Erste Reihe gestanden? Na hier, nicht ganz erste Reihe. War sehr schön. Das wievielte Konzert fand? Das zweite. Alles klar. Schöner Ausweg. Ja, danke.